Where Wins Meet. Das ist ein Spiel, was letztes Jahr schon meine Aufmerksamkeit erregt hat und eure ziemlich sicher auch. Wir sprechen nochmal über ganz brandneues exklusives Material. Ihr könnt gespannt sein. Liebe Leute, herzlich willkommen. Hier dreht sich ja alles um Open World Games und genau sowas ist Where Wins Meet. Das ist ein Spiel, was euch ziemlich sicher gefallen wird. Letztes Jahr zur Gamescom hatten wir uns das ja schon angeschaut und ja, euch hat es ziemlich gut gefallen. Die Kommentare waren sehr positiv. Zu dem, was man gesehen hat, war alles ziemlich positiv. Ja und jetzt, ein Jahr später, gibt es weiteres exklusives Material, was ich mir mit euch vorab ein bisschen anschauen kann. Es gibt wirklich einiges an Videomaterial und wir gehen direkt rein in den ersten Kampf. Das ist das, was wir uns als erstes angucken wollen. Okay, wir fangen an mit einem Freeze. Ihr seht rechts irgendwelche Kombinationen. Das kann ich natürlich nicht entziffern. Unten wahrscheinlich eine Health Bar. F für eine Special Finisher. Es sieht für mich erst einmal knackig aus. Also ich glaube, dass das Spiel sehr hohes Skill Cap haben könnte. Ich würde jetzt nicht sagen so Souls-like Niveau vielleicht, aber schon ein bisschen knackiger. Ich weiß nicht, wie euer Eindruck ist, aber das sieht sehr actionreich aus und nicht nur einfach nach links klickt. Du musst auch schon ein bisschen was ausweichen und so weiter. Finde ich cool. Ja, also sehr coole Kampfanimationen und gerade das Setting. Finde ich, sieht einfach cool aus. Genauso ein Game, was einfach optimal zu meinem Kanal passt. Der zweite Kampf. Oh, spielt Jäger. Natürlich wird Jäger gezockt. Muss gemacht werden. Sehr cool. Die sind scheinbar Level 20. Impliziere ich erst einmal ein Level-System. Was ich immer cool finde. Ich liebe das zu looten und zu leveln. Könnte drin sein. Da rechts scheint auch irgendwie krasser Loot in der Truhe zu sein. Was man in dem Footage von vor einem Jahr ja gesehen hat, war, dass es auch auf jeden Fall irgendwie Händler und Co. geben wird. Also das sieht schon ziemlich cool aus, was man bislang alles so gesehen hat. Scheinbar kann man auch mit Fackeln kämpfen. Ich bin gespannt, ob alle Waffen, die die Gegner benutzen, auch von uns benutzt werden können. Aber optisch sind wir ja ziemlich anders unterwegs. Wahrscheinlich auch je nach Spielstil, I guess. Jetzt den Bogen hat er nur zum Öffnen des Kampfes benutzt. Jetzt im späteren Verlauf ja nicht mehr. Schauen wir mal, was wird. Ich weiß nicht, ob das ein Symbol für Rüstung zerbrochen war. Könnte sein. Ist auf jeden Fall ein ziemlich ausführlicher Kampf. Später haben wir noch ein paar kleinere Clips. Ah, guck mal, Slow-Time-Effekt. Und doppelter Luftsprung. Also so ein bisschen, ja, so ein bisschen übernatürlich ist auf jeden Fall dabei. Und im Hintergrund kann man auch wenig von der Open World sehen. Ich bin mal gespannt, ob wir von der Open World später noch ein bisschen mehr sehen können. Aber das gefällt mir jetzt erstmal sehr, sehr gut. Ja, und das Video wird natürlich unterstützt von NetEase. Aber das hat keinen Einfluss darauf, ob ich das cool finde oder nicht. Ich reagiere einfach mit euch auf das Footage. Und ich finde, das Game sieht halt so aus, als würde es eins zu eins zum Channel passen. Ja, jetzt sehen wir mal ein bisschen was von der Open World. Oh ja, die Berge. Also China ist ja auch so eine coole Location. Das ist ja so eine wunderschöne Landschaft. Fetch. Okay. Wir können ihm einfach was wegziehen. Also es ist doch ziemlich übernatürlich auf jeden Fall. Den Bären blockieren wir jetzt. Und da kommt die Glocke. Aktivieren. Das wäre natürlich legendär, liebe Leute, wenn ihr das machen würdet. Hier eine Menge Gänse. Oh, abfackeln. Dragonfire war das Ganze. Das Drachenfeuer. Drachenfeuer. Ja, wird wahrscheinlich Alkohol sein, den du in den Mund nimmst und dann ausspuckst. Auch ein Fächer ist mit dabei. Wir können mit dem Fächer kämpfen. Alles Klärchen. Why not? Ja, hier sehen wir einen Charakter. Sie heißt, glaube ich, Han Kian oder so. Und wird hier ziemlich böse dargestellt. Ob es wohl eine Antagonistin ist? Hier haben wir Can Wulang. Das könnte für mich sogar so eine Opening Cinematic sein. Fällt für meinen Geschmack zumindest in die Kategorie. Ja, Magic Hand. Hat er den ausgeraubt oder umgebracht? Scheint irgendeine Spezialattacke zu sein. Ach, guck mal. Okay, das war eine Art Stun, glaube ich. Ah, und Itch. Jetzt muss er sich überall jucken. Flohpulver. Ziemlich sicher, würde ich mal sagen. Ah, das Movement sieht extrem schnell aus, wenn man möchte. Geräuschanzeige für gewisse Dinge. Und ein einsamer Angler. Da setzen wir uns, oder was? So, und da lassen wir uns Fische regnen. Boah, das sieht gerade richtig schön aus, die Landschaft. Ist aber auch natürlich eine sehr dankbare Zeit. Heck geht jetzt ab. Fanglide. Okay, so eine Art Wingsuit, aber ohne Wingsuit, sondern mit richtig viel übernatürlicher Magie. Ah, das ist cool. Vielleicht können wir auch so eine Art Magier spielen. Das sieht heftig aus. Und jetzt sind wir am Boden. Oh, why not? Scheinbar kann man auch mit Schwertern fliegen. Boah, das bietet halt richtig viel Potenzial für so Drachenkämpfe oder sowas. Also wirklich in der Luft dann irgendwelche Bosskämpfe. Stimmt. Also das wäre schon eine ganz nette Sache. Als letztes hier noch den galoppierenden Meteor. Boah, das sieht nach Impact aus. Verschiedene Fortbewegungsmöglichkeiten. Tja, es geht nochmal weiter mit dem Windride. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir das erst später kriegen. Und dass wir am Start des Spiels vielleicht noch gar keine übernatürlichen Kräfte haben. Und das Ganze dann eben später lernen. Mega cooler Bär. Sowas gefällt mir natürlich auch sehr, sehr gut. Wunderschöne Tiere habe ich ja auch neulich in meinem Kanada-Urlaub gesehen. Sogar zwei Schwarzbären. Oha, und jetzt sehen wir die Tai-Chi-Moves. Da wird der Bär weggeworfen. Episch. Und eine Sache finde ich ziemlich spannend. Nämlich hier unter meiner Facecam, da seht ihr Sprache Enter. Ob man wohl chatten kann? Wäre denkbar, würde ich sagen. Soundtrack finde ich auch mega cool, stimmungsvoll. Ich liebe diese Blüten. Hier nochmal eine Waffenkategorie. Der Speer, klar, muss auch dabei sein. Ja, ich persönlich muss sagen, es sieht super cool aus. Ich habe auf jeden Fall mega Bock, das mit euch zu zocken. Das steht für mich persönlich fest. Ich bin gespannt, wie ihr das seht, was eure ersten Eindrücke von Where Wins Meet sind. Ich glaube, es könnte ein sehr, sehr solides Spiel werden. Ja, und für einige Stunden Spielspaß sorgen. Das auf jeden Fall. Ja, und hier könnt ihr es dann auch direkt pre-registern. Dann bleibt ihr auf jeden Fall zu Where Wins Meet auf dem Laufenden. Und könnt es euch dann auch zeitnah vorbestellen, wenn ihr Bock drauf habt. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung dieses Videos. Ist ein Game, was ich persönlich sehr, sehr cool finde, wo ich mich darauf freue und was ich gerne unterstütze. Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und vielleicht sehen wir uns auf der Gamescom. Und die, muss man sagen, ist ja relativ eng verknüpft mit Where Wins Meet. Würde ich sagen, zum Beispiel durch den Trailer-Reveal letzten Jahres. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch den besten Tag aller Zeiten. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, euer Tau. Er braucht keinen Spell, er ist reiß' nur wie die Knie. Wir chillen auf Plötze erst und jagen an Thierry. Williard ist kalt, wie der Winter ist geliebt. Er will ja den Pferd, doch er hat sie nicht verdient. Er braucht keinen Spell, er ist reiß' nur wie die Knie. Wir chillen auf Plötze erst und jagen an Thierry.